Moin Dottel, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von Knife2MeetYou. Dieses Spiel habe ich bei Jacksepticeye entdeckt und da dachte ich mir doch einfach mal diesen Krabbensimulator. Den müssen wir auf jeden Fall spielen. So, direkt auf Start und da sind wir auch schon. Und wir haben ein Messer. Senior Krabbe, was muss ich... Oh, 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 warte da vorne. Da ist ein Flamingo. Kann ich den attackieren, Alter? Ich habe doch hier ein frügend Messer. Zack, zack. Warte. Waa, tja. Okay, bringt nichts. So, Mr. Krabbe, dann mach mal hier, ne? Baller mal weg. Oh Gott. Oh, 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 oh. Okay, das war knapp. Aber kein Problem für Mr. Krabbe. Oh, Junge. Du bist gerade voll auf deine... Warte mal, haben Krabben eine Schnauze? Ich weiß es nicht. So, hallo. Ist hier irgendjemand zu Hause? Oh, oh, die haben einen Hund. Diese Kamera. Was geht denn hier ab? Ich lasse die Kamera, beziehungsweise die Maus, komplett still. Aber er bewegt sich trotzdem nach rechts. Egal, ich habe ein Messer. Das ist das einzig Wichtige. So, warte mal. Da vorne ist wieder ein Pfeil. Dann gehe ich doch einfach mal hier hin. Und nach vorne, bitte. Oh, da ist ein Barbecue. Da sehe ich doch Hot Dogs. Ah, warte mal. Dann kann ich... Ja, genau. Ich schiebe das jetzt hier vorne hin. Und dann gehe ich da an der Hundehütte vorbei. Schön die kleine Rutsche hoch. Hier vorne steht irgendwie ein Energy Drink. Pat. Platt gemacht habe ich dich. Oh, vorsichtig. Vorsichtig. Alles gut. Zack. Oh, Burger. Oh. Kann ich denn irgendwie... Ich glaube, ich habe gerade den Burger zum Nachbarn geschossen. Weil ich kann ja die Sachen hier auch grabben. Aber nee, die Würstchen nicht. Oh Gott. Hier, was mache ich denn? Ah, warte. Oh Gott. Ich liege auf... Nein. Oh, ich bin runtergefallen. Das ist natürlich blöd. Also ich meine, rein von der Anatomie kann sich doch so eine Krabbe oder Hummer oder was auch immer das genau ist, gar nicht so wirklich wieder aufrichten. Aber es ist cool, dass sie seitwärts gehen können. Guck mal hier so. Warte mal, das müsste ich doch hier machen können. Oh. Nicht so einfach. Nicht so einfach. Ja, sehr gut. Okay, lassen wir das vielleicht einfach mal. Einfach... Oh Gott, wieder auf die Nase gefallen. Wir müssen zu den Hamburgern und dem Martini. So, sehr gut. Kurz mal hier den Weg freimachen. Ja. Alter, ich habe den Burger in der Mitte durchgeschnitten, Alter. Schöschlich mache ich aus dir. Schönen Dönerspieß, Alter. Stimmt, in so einem Dönerladen wäre der... Alter, die Krabbe wäre wild, klasse, in so einem Dönerladen. Äh, habe ich 1500 Punkte? Ja, geil. So, jetzt schauen wir mal hier vorne. Vorsichtig. Vorsichtig. Ja, alles sehr gut. Da oben sind... Wie komme ich nach da oben? Da oben sind ja noch mehr Burger. Was bist du denn? Was ist denn mit dir los? Und wer bist du? Was will er denn, Alter? Hast du Angst vor einer Krabbe mit einem Messer? Also, sorry. Das ist jetzt ja wohl nichts Schlimmes. So, warte. Hier. Was... Kann ich das einfach umstoßen? Jawohl. Äh. Ich kann ja springen. Das habe ich doch gar nicht entdeckt. Zack. Ah. Wenn ich Sachen kaputt mache, dann kriege ich noch mehr Punkte. Oh Gott. Nichts passiert. Ja, warte. Dann mache ich doch hier ein bisschen Heckmeck. Zack, Alter. Was ist das hier? Oh Gott. Oh Gott. Hä? Was ist das? Der heilige Stab? Oh Gott. Hilfe. Meine Beine waren kurzzeitig ein bisschen kaputt. Ich würde gerne mir die Axt. Hä? Ja. Was passiert mit mir? Hilfe. Komm mit Axt. Warum kann ich denn die Axt nicht mitnehmen? Au. Was ist mit dem Jungen? Ey, der ist doch völlig doof. Oh, warte mal. Da drin? Was wartet hier auf mich? Hier ist doch irgendein Secret. Ach so. Was zum Kaputtschlagen. Okay. Zack. 2000 Punkte. Oh, ich glaube, er wurde ein bisschen besudelt. Naja. Gehen wir mal wieder zurück. Warte mal. In der Hundehütte ist auch noch was. Oder auch nicht. So, dann schön wieder die Rutsche hoch. Also, ich frage mich, was ich machen würde, wenn plötzlich vor mir eine Krabbe mit Messer steht. Oh, warte. Hier kann ich noch Schaschlik machen. Nee. Gab keine Punkte. Ah, warte. Ich habe auch nur geworfen und nicht geschlagen. Egal. Ich glaube, ich würde, äh, wieder kuscheln, Alter. Wie komme ich denn jetzt überhaupt da vorne hoch? Ich will mehr Punkte. Hä? Springen? Ach, das muss ich einfach nur kippen. Okay. Kein Problem. Ja, so. Und dann hoch hier. Oh, die hatten irgendwas Asiatisches. Nicht, dass ihr meine... Oh Gott. Meine Garnelenbrüder fertig gemacht habt. Wartet. Sind die überhaupt verwandt? Garnelen und Krabben? Egal. So. Ich mache erst mal hier alles kaputt. Das war es mit eurem hier. Mit eurem Barbecue. Zack. 2400 Punkte. So. Hallo. Wie komme ich hier rein? Oh Gott. Wartet. Ich habe gerade... Was mache ich hier mit der Tür? Ich will die bitte loslassen. Alter. Ich habe die komplette Tür kaputt gemacht. Ich muss doch hier nur einmal rein. Bitte. Hallo. Nicht erschrecken. Ich bin nur eine Krabbe mit Messer. Ah, warte. Ich muss hier links. Entschuldigung. Ma'am. Ma'am. Ich muss hier nur ganz kurz einmal vorbei. Okay? Nur einmal ganz kurz. Gehen Sie weg. Ich habe besser... Pronto. Warte mal. Oh Gott. Game over. Die hat mich platt getreten. Die... Oh. Ich bin wieder hier. Was? Okay. Kein Problem. Geh mir jetzt hier aus. Zack. Oh. Okay. Das war knapp. Hallo. Da bin ich wieder. Ich liege auf dem Rücken. Doch nicht. Okay, Leute. Da bin ich wieder. Es gab eine ganz, ganz kurze Unterbrechung. Denn ich habe bemerkt, dass mein Mikrofon ein bisschen gebrummt habe. Ich hoffe, ich konnte das alles so ein bisschen fixen. Ansonsten entschuldigt mir das. Ich habe nämlich irgendeine Störung in meinem Mikrofon innen drinne. Also abgesehen von der Störung in meinem Kopf. Äh. Oh. Warte. Warte. Oh. Ich habe vergessen, das komplett dahin zu schieben. Ich habe mich... Au. Alles aus der Bahn geworfen. Äh. Dass irgendwie immer nach einer gewissen Zeit, wo ich aufnehme, dass da einfach plötzlich so ein Brummen ist. Also. Tut mir leid, Leute. Lasst gerne bitte trotzdem Like da. Okay? Ich mache nämlich jetzt die Menschen fertig. Was ist überhaupt meine Aufgabe? Was ist mein Ziel im Leben? Die fertig zu machen? Schaschlik. So. Jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen Heckmeck. Ja. Entschuldigung. Vorsicht. Oh nein. Fall doch nicht runter. Ach. Du bist so ein Mülleimer. Auf ein neues. Ah. Krass. Wenn man Shift drückt, ist man glaube ich einen Ticken präziser. Warte. Ich springe jetzt hier. Ach. Scheiße. Jetzt aber. Jetzt bin ich rund. Ach. Da bin ich wieder. Hallo liebe Familie. Krabbenmann kommt jetzt vorbei. Oh. Krabbenmann steckt fest. Okay. So. Jetzt machen wir das Ganze doch mal hier. Ach. Bisschen. Was geht denn jetzt ab? Äh. Hallo Tür? Also ich check nicht, was ich hier gerade mit der Tür mache. Hä? Ich wurde reingeschleudert. Hilfe. Okay. Warte. Ich laufe hier einmal. Oh Gott. Der komische alte Mann kommt. Oh Gott. Lass mich. Ach so. Ich soll in das heiße Wasser. Ja sagt mir das doch gleich. Das ist aber schon ein bisschen traurig. Also Leute. In das. Oh. Deswegen bin ich. Oh. Okay. Ich spring rein. Game over. Oh. Wir wurden gekocht. Okay Leute. Das war es mit einer kleinen Runde vom Krabbensimulator. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst sehr gerne einen kleinen Like da. Ich werde in diesem Moment das Video ein wenig kürzer fassen als sonst, weil mir ist ein bisschen schlecht. Aber wir haben es ja geschafft. Wir wurden gekocht. Und ich weiß echt nicht, warum mir gerade schlecht ist. Nun gut. Leute. Habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao. Ciao.